Ich bin der Florian Angersbach, bin 16 Jahre alt, schaffe beim Möbel Maler als Wacker für Lagerlogistik und ich bin im ersten Lehrjahr. Wir im Lager sind dafür zuständig, dass wir kommissionieren, das heißt die Ware für die Turm bereitstellen. Dann sind wir dafür zuständig bei der Warenausgabe, dass die Kunden ihre Ware bekommen und dass sie die Ware zurückschicken können, wenn was beschädigt ist oder was fehlt. Außerdem sind wir für die Post zuständig, wie zum Beispiel Hermes, UPS und DHL. Mein Name ist Viktor Grotha, ich bin 17 Jahre alt, mein Fach ist Möbelküchen-Umzug-Servicemonteur und ich bin im zweiten Lehrjahr. Da kontrolliere ich, ob die Schienen richtig drin sind. Ich bin hier beim Möbel Maler, weil es mir hier gefällt. Man braucht dazu technisches Arbeiten. Wir montieren zum Beispiel Küchen, Wohnwand und liefern auch die Möbel aus, wie nach Kundenwunsch. Ich bin hier beim Möbelküchen-Umzug-Servikum.